Servus Leute, was wir heute haben, kommt zum erneuten Video hier auf meinem Kanal und willkommen zu einer erneuten Fitness Challenge, denn wir werden heute eine Try-to-repeat-Challenge starten. Der eine oder andere müsste das Video sogar kennen und zwar ist es das Video von Nikita Workout und zwar hat er ein Video erstellt, wo er Liegestützen-Push-Ups von Level 1 bis Level 100 gemacht hat und da wollen wir jetzt mal schauen, zu welchem Level bzw. auf welchem Level ich mich gerade befinde. Ich werde auf jeden Fall heute mal wieder alles geben und ich habe mega Bock dieses Video aufzunehmen und ich fand es eine ziemlich nice Idee, mal da quasi so eine Reaction drauf zu machen und gleichzeitig das Ganze aber auch selber zu probieren. Und ja Leute, wenn euch das Ganze genauso gefällt wie mir, dann lasst mir für jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, ist ein Abo da und ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange drum rum. Ich werde mich jetzt ein bisschen aufwärmen und dann werden wir direkt mit dem Video starten. Leute, das ganze Video ist diesmal sogar in 4K, denn ich habe einen neuen Laptop und damit kann ich jetzt sogar 4K Aufnahmen flüssig bearbeiten. Das Ganze ist ziemlich geil. Und Leute, wir starten direkt. Habe ich schon gesagt, dass ich motiviert bin. Let's go. So Leute, damit wir die Motivation und die Kraft noch ein bisschen mehr steigern, gibt es hier einen Workout Booster von Prozis. Mit dem Code JimDaniels könnt ihr 10% auf der Prozis-Seite sparen. Alle Produkte sind unten verlinkt. Ja, ist eine ziemlich geile Zusammenarbeit, würde ich mal sagen. Leute, es ist ziemlich kalt. Wir haben, glaube ich, irgendwie nur 4, 5 Grad. Aber wir werden das Ganze trotzdem durchziehen, denn ich habe einfach drin zu wenig Platz. Und, ja Leute, dann würde ich sagen, gib ihm. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze jetzt ein bisschen peinlich werden wird, weil ich halt einfach noch nicht ganz so weit in dem Bereich bin. Weil ich habe mir das Video natürlich schon angeschaut. Und es ist wirklich sehr heftig. Also vielleicht schaffe ich es so bis zur Hälfte, Level 50 oder so. Aber jetzt mal abwarten. Boah. Okay. Wir haben Motivation. Wir haben Energie. Jetzt noch die Handgelenkschützer dran und Handschuhe, weil der Boden auch ziemlich kalt ist. Jetzt auch ruhig Pussy Daniels in die Kommentare schreiben. Aber es ist wirklich arschkalt. Und ich weiß gar nicht, ob mir der Platz hier überhaupt ausreicht, alles abzufilmen. So Leute, und jetzt ganz kurz aufwärmen. So Leute, wir beginnen mit Level 1. Mit den Knee-Push-Ups. Sollte ich easy hinkriegen, kriegt wahrscheinlich jeder von euch hin. Frauen Liegestützen sind ja auch hier genannt in Deutschland. Let's go. Das fühlt sich echt ungewohnt an gerade. Okay. Ich versuche natürlich, die Ausführung so genau wie möglich zu machen. Es geht weiter mit Level 3. Und das sind die Regular Push-Ups. Die ganz normalen Push-Ups, die jeder von euch kennt. Wir waren natürlich auch easy drin. Die nächste Übung sind Knee-Touch-Push-Ups. Und dabei müssen wir versuchen, bei jedem Push-Up die gleiche Seite von unserem Knie zu berühren. So wie der Name auch schon sagt. Knie-Berührung-Push-Up. Let's go. Okay, ich muss sagen, da hat man schon ein bisschen Balance gebraucht. Also die waren schon gar nicht mal so einfach. Weiter geht's mit Level 7. Die Wide Push-Ups. Halt einfach Push-Ups mit einem weiten Griff. Let's go. Okay Leute, das hat mich jetzt schon ordentlich angestrengt. Bin mal gespannt, was jetzt noch so für Übungen kommen werden. Ich hab's mir nicht so hart vorgestellt. Sag das mal so. Weil wir sind einfach nur nicht mal bei Level 10. So, Level 10. Diamond Push-Ups. Die kenne ich. Mache ich öfters im Training sogar. Sollten auf jeden Fall auch noch drin sein. Das ist jetzt halt einfach die Push-Ups mit engem Griff. Und hier so ein Diamant quasi. Jetzt fahren wir auf den Boden. Let's go. Die fand ich jetzt sogar einfacher als die Wide Push-Ups. Die Wide Push-Ups waren schon richtig schwierig. Level 13. Explosive Push-Ups. Und da wird's jetzt schon wirklich ein bisschen schwer. Ich hab keine Ahnung, wie gut jetzt die Form aus war. Ich hab gar kein Gefühl, wie weit ich oben war oder irgendwie. Aber ich denke, ich hab's ganz ordentlich hinbekommen. Level 16. Arm-to-Shoulder Push-Up. Oh mein Gott. Das Problem bei dem Video ist, dass ich jetzt vom Anfang an alle Variations, Varianten durchmach. Und jetzt schon ein bisschen am Arsch will, muss ich sagen. Geht weiter mit Level 19. Archer Push-Ups. Heißt quasi schon in Richtung One-Arm-Push-Up. Aber das Ganze noch mit Unterstützung. So Leute. Level 21. Planche. Lieben Push-Ups. Das wird jetzt schon Level-Expert. Und wir sind einfach bei Level 20. Wir sind 20%. Also beziehungsweise bei Level 21. Geht weiter geht's. Form war wahrscheinlich richtig bad. Aber ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal zählen und machen weiter. Wir sind bei Level 24. Clap-Push-Ups. Und wir haben 25% geschafft. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal ein bisschen stolz. Naja. Geht so. Level 27. Back-Clap Push-Ups. Noch nie probiert. Dementsprechend kann ich es mir gerade gar nicht vorstellen, wie schwer das Ganze sein wird. Ich merke schon, dass ich echt ein bisschen ausgepowert bin. Und der Steinboden ist auch echt hart. Aber wir haben es trotzdem mal ausprobiert. Vielleicht werde ich mir irgendwie eine Unterlage holen oder so. Aber nee. Egal. Scheiß drauf. Boah, ich kann es mir nur 0 vorstellen gerade. Draust mir nicht zu irgendwie. Ich habe Schick. Ich habe Schick. Okay Leute, es war keine gute Form und ich hatte extrem Schiss gerade. Aber wir machen weiter, weil irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich habe einfach zu wenig Explosive Kraft. Und wenn ich hier auf den Steinboden mit der Nase knall, dann ist es aus mit meiner Nase. Ich werde mich mal drauf. Okay Leute. Mit Unterstützung könnt ihr das Ganze üben. Wenn ihr einfach ein Bein dann kurz vornehmen. Klatscht und wieder vor geht in Liegestützposition. Ich werde es in mein Training einbauen und mich natürlich weiter enthütteln. Aber wir schauen jetzt mal, was so die nächsten Levels sind. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich schon bei Level 27 einfach so ins Struggling komme. So Leute, Level 32 ist der Double Clap Push-Up. Da ich jetzt schon beim Ein-Clap, beim Back-Clap quasi gescheitert bin, probieren wir das Ganze jetzt nicht aus. Weil, wenn ich schon hier da Probleme hatte, dann schaffe ich natürlich nicht beim da runterkommen nochmal so ein Klatscher. Superman. Da müssen wir jetzt einen Explosive Push-Up machen. Sich komplett ausstrecken. Wir probieren es. Aber ich werde wahrscheinlich nur quasi ins Fliegen kommen. Aber nicht in diese Position, weil das mit dem Fliegen habe ich schon mal ausprobiert. Okay Leute, annähernd kam es vielleicht ran. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie gut es war. Weiter geht es. Somit wären wir bei Level 39 und das sind die Tuck Planche Push-Ups. Ich übe ja auch ein bisschen Planche. Deswegen sollte ich das eigentlich hinkriegen. Wahrscheinlich nicht so die saubere Form von ihm. Aber so eine Wiederholung oder so mit semi-professioneller Form sollte drin sein. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt besser aussah, aber es war auf jeden Fall krass anstrengend. Leute, probiert mal das Ganze zu Hause aus und sagt mir, auf welchem Level ihr euch befindet. Wir sind jetzt schon bei Level 39. Mit einem Skip weiter geht's. So Leute, Level 42 sind die Deep Tuck Planche. Dazu brauchen wir hier die Parallels. Der Nikita Workout hat natürlich jetzt höhere Parallels. Deswegen konnte er dementsprechend auch tiefer runter. Aber Leute, wir gehen so tief wie es nur möglich ist. Probiert es aus. Eine Wiederholung war drin. Keine Ahnung, wie die Form aussehen. Sehe ich nachher erst im Schnitt wahrscheinlich nicht so gut wie bei ihm. Er ist natürlich Level Expert. Und ich bin gerade Level 42. Weiter geht's. Es geht weiter mit Level 45. Und das wären die Wall Handstand Push-Ups. Da ich hier jetzt keine freie Wand zur Verfügung habe, werde ich jetzt die Location wechseln und das Ganze im Fitness durchführen. Let's go. Mehr wie 50 wären die Handstand Push-Ups. Ich habe hier echt wenig Platz. Aber wir werden es probieren. Aber ich werde es wahrscheinlich auch noch mal im Fitness für euch abziehen. Leute, ich habe viel zu viel Schiss, dass ich hier irgendwie umkippe und gegen die Bande knalle oder so. Und es einfach einen richtig lauten Schlag hier gibt. Ich bin hier in meiner Nachbarschaft und ich glaube, das würden die nicht so feiern in meinem Abend sowieso nicht. Deswegen wechseln wir jetzt wirklich ins Fitness. Ich schaue mal, ob noch irgendeine Übung dabei ist, die man hier ausführen kann. Let's go. Leute, was macht ihr da eigentlich für Übungen? Jogi, das ist ja nicht von dieser Welt. Das ist nicht mehr normal. Alter, das ist so krank. Okay, Leute, da komme ich im Annähern nicht mal ran. Aber Leute, bis Level 50. Wir werden es im Gym probieren. Tuck Planch to Handstand werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Alter, was ist denn die? Was? Dicker. Krank. Krank. Einfach nur krank. Ich bin wieder zurück aus dem Gym. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video unterhalten. Und schreibt mal in die Kommentare, auf welchem Level ihr euch befindet. Würde mich echt interessieren. Und Leute, dieser Typ ist so crazy. Da mal annähern, dann dem seine Skills ran zu kommen. Das ist so, das wäre mal schon richtig, richtig nice. Ohne Witz, aber er ist ja ein Calis, der nix Profi. Ich glaube sogar ein richtiger Athlet. Weiß ich gerade gar nicht genau. Ja Leute, wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall mal eine positive Bewertung an. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Folgt mir noch auf Instagram für Fitness, Bilder und damit ihr wisst, was ich sonst so den ganzen Tag mache. Haut rein und tschüss.